Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seid hier bei SMTX Lost. Hier gibt es geilen Reise-Content und vieles mehr. Viel Spaß und lasst gerne ein Like und ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ich muss das mit den Fingern eigentlich essen, Chad. Also das ist Bunny Chow anscheinend. Bruder, das sieht ja köstlich aus. Also um das mal zu analysieren, das ist anscheinend ein Weißbrot. Oh, das ist das Innere vom Weißbrot. Das ist ja so, als würde ich aus einem Brötchen das Innere rausholen, Digga. Wie geil ist denn das? Wie geil ist das denn, Junge? Das ist einfach das komplett Ausgepulte vom Weißbrot. Boah, wie geil, Junge. Wenn ich jetzt in Indien wäre, würde ich mit meinen Händen essen. Wenn du mit den Fingern gehst. Aber du musst mit den Fingern essen essen. Ja? Das ist Fingern licking gut. Okay, komm. Du kennst KFC? Fingern licking gut. Fingern licking gut. Aber du hast hier ein Bästchen? Ja, kein Problem. Okay, perfekt. Ich sehe dich. Okay. Komm, wir essen mit Hand. Scheiß drauf. So, basically, this is a Indian meal. That's not even African, huh? Fuck, I should eat more with my left hand, but I cannot. Hab ich euch nie erzählt, Chad. Mir hat mal in Indien, so ein älterer Mann, der war bestimmt so 60, 70, hat mir eine Backpfeife gegeben, weil ich mit meiner rechten Hand gegessen habe. Der fand das überhaupt nicht gut. Der war noch vom alten Schlag. Und mir fand das richtig scheiße, dass ich mit meiner rechten Hand esse. Also keine, keine harte, aber so eine, weißt du, so eine, junge, so, junge, was soll das, so ein bisschen? Ich hab überlegt, zur Polizei zu gehen, aber hat keinen interessiert. Er hat gesagt, ist normal. Okay, I knew it already, but Indian food is the best food in the world. It's a spicy little bit, yeah, but it's good. Oh, there's a big... What is that? Is that a carrot inside? Ich glaube, da ist eine dicke Karotte drin. Ja, also indisches Essen, Chad, ist halt einfach das Beste auf der Welt, man. Also da, meiner Meinung nach, gibt's da keine zwei Meinungen. Ich finde, indisches Essen ist einfach heftig. Die können einfach würzen. Das schmeckt so gut. Es gab ein einziges Smartchat, wo ich in Indien, mir auf der Toilette, also mir, wirklich mit der Hand, nee, es gab zwei Momente in meinem Leben, wo ich das machen musste, mit der Hand meinen Arsch sauber machen. Das eine Mal war in Indien im Zug, im Schlafzug, da erinnere ich mich bis heute dran, weil es war nämlich so, ich hab's nicht mehr ausgehalten, ich musste kacken und vor mir kam jemand aus der Toilette, der auch kacken war und ich weiß noch ganz genau, wie er aus der Toilette kam und die eine Hand hat noch so komplett getropft, voller Wasser. Und dann dachte ich mir, da muss ich jetzt auch durch. Da muss ich jetzt auch durch. Und dann war da nur dieses Klo, wo man sich so hinhockt, im Stehen quasi. Und dann musst du dann reinhämmern und dann hast du den Eimer daneben, wo Wasser drin ist, was vorher schon andere quasi benutzen haben. Und dann rammelt sich der damit durch den Arsch. Und ich hatte keine andere Möglichkeit. Die läuft mit dem Sack auf dem Kopf. Die läuft so vollkommen random. Digga, ich find das immer so krass. Wolle, die läuft einfach, die kratzt sich im Gesicht, hat einfach den Sack auf dem Kopf. Wolle, das ist ja auch scheißegal. Das juckt sich alles gar nicht. Bruder, so macht einkaufen viel mehr Sinn. In Deutschland brauchen sie Leute einen Korb. Kannst du so fahren? Ich find das so krass, Junge. Ich find das immer wieder faszinierend. Ich find das immer wieder... Aber der Typ trinkt in der Hand. Hallo? Entschuldige mich. Welche Gebäude ist das? Huh? Freemersie. Freemersie? Was ist das? Freemersie. Freemersie? Freemersie, ja. Ja, ist ein Karten. Freemersie? Ja. Ich kann an dieser Seite? Okay, danke. Man kann da rein. Wir gehen rein. Hey, bro. You look really smart. What is that? Actually, you're not... But it's the museum. Ah, that's the museum? Yeah, it's a museum. You want to enter? Yeah. The entrance is this one. Why not? I won't be here. Huh? Why not? Oh. So the museum is divided into two sections. Wait, you give me a two now. Yeah. Okay, so the museum is divided in two sections. It's divided into two sections. There's a scientific section, which you find different elements. And the other section, it is an art section, which I find it pretty boring. Okay. Oh. What's your name, bro? It is Luanda. Luanda. They call me winter. Luanda? Yes, but they call me winter. I prefer winter. Yeah. Okay, you winter. No, winter. Winter. Yes, winter. Winter. Like cold? Like the winter? Yeah. Yeah? No, like winter. Like the season. Yeah, yeah, winter. Yes. I'm summer. Yeah, so here you just want to find... Oh, there's a dinosaur. Yeah, it's just a thing. I think you should be president. President. Yeah. When you're older. You look like a president. Oh, when you're a president. Yeah, maybe. When you're older. Oh, it's... Wait, what dinosaur is that? Is that a T-Rex? Yeah, a T-Rex. And then just a crocodile. I think the T-Rex had feathers. You think, too? I think he looked more like an ostrich. Is that a normal seal? Yes, just a normal seal. Wow. South African. Yeah, they're pretty big. This one I saw on the beach like that. Wow, but they're not all that big, huh? Holy shit. He's bigger than me. Oof. Spiders. Did you ever have a big spider like this in your house? Or you see somewhere? I have seen some... No, I have just went to a zoo. Oh, God. And I saw... Yeah, there are different types of butterflies and rocks. Mm-hmm. Different sets. Holy shit, how big. Even if they look that big, they're pretty nice. This museum is actually pretty nice. Kudu. Oh, this is a kudu. Yeah. Oh. They're pretty big. Yeah, but people tend to need to help them down for their wants. Oh, really? Yeah. Okay. Yeah, there's a lot of coaching people. Yeah, I know. That shit. Oh, this is what I've seen. I've seen on the street. I don't remember where. I saw that it's a fox. No, it's not a fox. It's a mongoose. A mongoose. Okay. But these ones I saw. The scent of all mammal species. Near crocodile. Look, the babies, they really look like dinosaurs. Yeah. Like raptors. Yeah. I told you, Peyton, art is boring for me. I'm really not into it. I don't know why. It's just on leaving. Yeah, but there's so many things to do. What language do you speak? I speak Zulu. Zulu? English. Okay. I speak a little bit of Korean. Of what? In the end, I speak female. Okay. A little bit of Chinese. Are you going to like a special university or something? Yeah, if it's just a university, I do not mind. But why you learn so many languages? Why you learn so many languages? First thing, I learn so many languages because first thing, there's a possibility of me being picked by knowing that language because if they know that I know that language become much what is that? Guys, no, this is so bad. It's good, man. Can you sing a song like this? What? The song? Yeah. Love me for me. I went sometime you a love for me. I say you love me. I say I love you. You wanna dance with the magazine. I went like you and me. Oh, no, my young. You saw me. I love you. I love you. I love you. Thank you. Das ist cool, man. Danke. Danke. Ah, das ist eine Tattoo-Store? Ja, es ist ein bisschen verrückt. Aber dann, ja. Ja. Warte, 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 wir Tattoo jetzt? Nein, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja. Ja, warte, 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 warte. Ja, das ist die beste Saison. Ja, das ist die beste Saison. Ja, das ist die beste Saison. Oh, fuck. Das ist die beste Saison. 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 Das ist die beste Saison für dich. Ich würde sagen, ich spreche German, so dass sie mich mehr verstehen können. Sie verstehen dich. Ich weiß, aber sie verstehen mich besser. Ja. 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 Das ist die beste Saison. Ja. 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 Jetzt muss ich das Batche. Das ist die beste Saison. Das ist die beste Saison. Das ist die beste Saison. Ja. Ja. Alle, die die vorhin gemeckert haben, schreiben jetzt eh nix mehr. So, Chat. Alle flammen in den Chat. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Mama slow-mo's last month. Ich bin der Drip King, whoa, flow, checkin' my flow, they wanna go, they wanna go, whoa, I see the lights, I see your people, yeah, 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 I know what's going on, you know, replay, yeah, I feel the kick, and I'm back on the street, wireless, you know what I mean, all these people, they be checkin' on me, eh, content von der Straße. Nigga, they keep that kid with that Drip, nigga, they keep from Africa, South Africa, we gettin' so bigger, we ballin' everyday, you know, Africa, we doin' this shit in Africa, whoa, they're your people, I be sayin' this, I ain't got no fuckin' sign in this, yeah, I be checkin' the flow, my nigga goin' so cold, they ain't know me, I know, they actin' cold, so, we ballin' on me, see me goin' out, this my nigga, whoa, whoa, They wanna hate on me, but they don't know what's goin' on for drugs, eh, I'm ballin' on for drugs, eh, I'm ballin' on for drugs, eh, I'm doin' all this shit for so, eh, pay me a thousand for what's up, I'm a U.S. dollar, yo, you know what I mean, I'm gold. In a few years, I'm tryin' to get the money, I'm tryin' to switch up my nigga, I don't got better than my little longings, yeah, she wanna play what a nigga like me, but she don't know what, what's goin' on about my nigga, you ain't so funny, pull up with a clock and I shoot this nigga, he did, I'm gonna point what the fuck she say, she wanna act on me, he, yeah, uh, they're German, I don't know what to say, but I'mma learn that language one day, you know what I mean, let's go with you, yeah, yeah, Das ist so, das ist so, das ist so. Schau mal, was ich? Shout out to Leon. Oh Gott, yes sir. We're doing this year 21-way. And no other way, we ain't gonna switch up on this shit today. Shit. I'm Brian Bishop. Hurries don't take it. Hurries don't take it in this shit overglobe. I full up Diggie gone. He dashin' he, he dashin' he, he dashin' he gone. Yeah, I should own, yeah, we gone. Chats spam, nops, go. Guess what, I'm 16. And I'm on my momma, baby, 16. They be doin' this shit for the hit. Nigga, you know what? What you mean? Whoa. She shut the floor and I'm, uh. I'm watching the board and I'm, uh. Nigga, leave me alone. I'm on the code. Yeah, froze, froze. I got me a glove, though. I be like playin' some golf, golf. I don't need that. Nigga, my ball at 23, whoa. I got that shit on my feet. And it tells my buddy I'm doin' this shit. I be somethin' legit. You know what I mean? Let me get in this shit. Pull up. Mom, cause it's got big. Entertain me. Yeah. We gon' drop. You shoot, wish to my nigga. Yeah. Whoa. Yeah. We used to have that shimba. The best. But we lose. You see? Cause we lose. Yeah. Look. If you're on three, four, ten. Pull up on us. Then we got the zangs. I'm gonna show you slime. Old bros. Nigga. All with us. Yeah. Yeah. I got some records out, actually. Oh, bro. This track is so good. I love it. Yeah, yeah, yeah. It's actually really nice. Real fire. Best attachment, I have you two. Yeah. Maybe I'll be able to, I have you two. Mucho, but I just admit a lot of people's work together. There's no to go. Whatever. I'll do it. There's no to go. I can't find.